Hallo und herzlich willkommen zurück zu Angry Video Game Nerd Adventures. Wir haben nur noch ein einziges Level übrig und zwar die Laufen Joken Dump Nuts. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, Sound passt. Okay. A Rainbow Computer, this is where all this shit came from. Okay. Okay. Hopp. Oh. 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 Verdammt. Mich will alles töten. Oh Gott. Jetzt wird das Spiel scheiße. Ähm. So. Komm. Wow. Regenbogen sind böse. So. Komm, 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 schnell rüber. Okay. Der fängt relativ schnell wieder neu an. Ähm. Und los. Und weg. Okay. Ach, das ist... Das ist... Fuck ist das. Hier passiert viel zu viel. Ich hab gar keine Ruhe nirgendwo. Hier, was soll ich denn da machen? Was soll ich hier machen? Was soll ich tun? Mal im Ernst? Ist das mal scheiße? Nein, ich will das nicht. Ach Gott, das war doch klar. Das weiß ich doch mittlerweile schon. Oh nein. Oh nein. Äh. Na ja. Das ist... Es ist fuck. Wie soll das denn machbar sein? Die fliegenden... Katzen kann ich hier nicht töten? Ja. So. Hopp. 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 Da ist der Toaster. Da ist der Toaster. Ich hab den Toaster. Ich hab den Toaster. Okay. Der erste Teil ist schon mal geschafft. Oh Gott. Heilige Sau. Seid ihr Kackke. So, Moment. Ich spiele mal ein bisschen nach oben geschoben, weil es mir gerade ein bisschen zu tief war. So, wenn ich hier raufgehe, kommt ja schon die Rakete, ne? Ja, stimmt. Und dann muss ich ja weg. Ja. Achso, das Ding kommt wieder. Aha. Also, wir können die Tapete schon mal rauslutschen. Rauslocken. Prinzipiell. Das Ding kommt wieder. Wenn man nicht direkt verloren hat. Das ist mich jetzt gerade sehr überrascht. Hey, du solltest wieder abspringen. Ich wollte eigentlich abspringen, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Hopp. 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 Oh. 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 Ähm. Ähm. Äh. Ah. Ihr Lappen. Ist das gemein. Ist das gemein. Leute, echt. So. Mann, der blöde Affei macht aber auch gleich Schiss hier, weißt? Ist echt fies. Nein. Nein. Ich dachte, das reicht. Fuckfatz. Ah. Hopp. 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 Ja. Runter. So. So. Hopp. 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 Da muss ich mich hinstellen. Okay. 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 Moment. Ich muss ja. Ich muss doch warten. Nicht gleich so schnell. So Leute. Also jetzt wird es eine ekelhafte Scheiße. Was? Ach. Da darf ich erstmal stehen bleiben. Eigentlich. Wenn ich denn nicht mich total glatt anstelle. Ach du Heiliger. So. Oh. Oh wie gemein. Das war scheiße. Okay. Nochmal Leute. Komm. Komm. Das ist. Das ist eine richtig fiese Mist. Sacke hier. Sacke hier. Sacke. Okay. Wegen dem blöden Hai. Ich konnte nicht richtig springen. Ach. Was war das denn? Ach. Das war wieder Quatsch gewesen. Jetzt muss ich wieder warten. Aha. Weil ich immer gleich eilig habe. So. Das ist hier gar nicht so schwer. Ach. Ja. Ich muss wieder abspringen. Ach. Mann. Ich will nicht mehr. Habe ich das Spiel nicht gerade nach oben geschoben? Wieso ist denn das hier zu tief? Und wieso bin ich da jetzt reingehüpft? Und wieso bin ich da reingehüpft? Das war doch alles Quatsch. Das war alles totaler Blödsinn. So. Hopp. Hopp. So. Wer hier? Wer hier? Ach. Mann. Noch nicht so weit vorgehen. Aber ich darf auch nicht so weit nach hinten stehen. Weil ich sonst da oben gegenknalle. Egal was ich mache. Es tötet mich. Hallo? Was soll denn das? So. So. Oh. Nein. Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr da rüber zu kommen. So. 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 Oh Mann. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es macht mich kirre. Meine Güte. So. So. Runter. Warten. Hoch. Abspringen. Ja. Aber nicht zu früh abspringen. Ich muss aber auch nicht zu spät abspringen. Ich darf nicht sofort drauf. Weil sonst alles kacke ist. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal geschafft. Und jetzt klappt das einfach nicht mehr. Ich verstehe das immer nicht. Warum zum ersten Mal so viele Sachen immer klappen. Die danach nie wieder funktionieren. So. Oh. Mann. Dieser blöde Hai. Ja. Der stört meinen Sprung. Dadurch komme ich nicht wieder weiter. Ich meine. Ich kann dann versuchen. Ob ich es doch noch ganz rüber schaffe. Aber ich glaube es nicht so richtig. Wenn ich denn erstmal wieder bis dahin komme. Oh. Diese blöden Blöcke da oben sind extrem dämlich platziert. Oder sagen wir fies platziert. Das ist ja sicherlich Absicht. Eigentlich glaube ich war es eher gedacht. Dass man nicht von links da rüber springt einfach. Ich kann versuchen. Ob ich den Sprung bis ganz rüber schaffe. Aber versprechen kann ich nichts. Ja. Er ist schon da der Block. Aber ich müsste da auch gleich wieder abspringen. Ach. Was mache ich denn schon wieder. Na diesmal hat es nicht gereicht. Egal. So. Hop. Und hop. Hä? War ich nicht drauf? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ob es überhaupt geht. Ich dachte vorhin. Ich bin einfach nur nicht. Ich habe einfach ein bisschen zu wenig Gas gegeben. Weil ich Angst hatte. Da hinten gegen zu laufen direkt. Aber diesmal sah es irgendwie nicht so aus. Hop. Ah. 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 Oh nein. Das wäre doch nur noch ein Sprung darüber gewesen. Und dann nochmal einmal drüber. Und dann wäre es doch gut gewesen. Ah. Wieso? Also es geht auf jeden Fall. Da muss ich da unten nicht rein. So. Hier ein bisschen warten. Jetzt hoch. Und dann rüber. Und dann ist egal. Dann einfach hopf und hopp. Und hopp. Und hopp. Und dann einfach hier stehen. Und dann rüber. Wurscht. Wurscht. Wir haben es bis zum nächsten Toaster geschafft. Okay. Da werde ich wohl mindestens die ganze Folge für brauchen. Äh. Da wird nicht noch irgendwas danach. Hä? Ach so. Ach so. Ich glaube ich weiß schon. Nee. Ach so doch. Ach. Kotze. Kotze. Äh. Was? Oh Mann. Ist so schwer. Äh. Weg 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 weg. Geh uns mal raus. Geh uns mal raus. Ich hab schon wieder was geschafft Ich bin ja gut Ach so ne Scheiße schon wieder Das hatten wir doch schon Ah Okay Ach Gott Weg, 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 weg Nicht von hinten ärgern Ach so ja Hopp Und Okay Und dann können wir loslegen Okay Okay Ich bin gesprungen Ich schwör Ich schwör auf Hurenloch Ohne Scheiß Echt jetzt Ich hab mich noch gesehen Warum hab ich da nicht reagiert Ich hab so gedacht Ach naja Nicht vergessen Hinter mir gleich weg zu rödeln So Okay Ist auch mal Aber egal Es hat funktioniert Und den auch noch Okay Und los So Das war jetzt gar nicht so extrem schwer Warte mal Geil Ja da kann man abkürzen Okay Ich hab gerade schon Okay Ich weiß wie es geht In Ordnung Es war jetzt nicht so schwer Oder Egal Okay Fies Fies Ganz fies Ganz gemeine Scheiße Wisst ihr wie froh ich bin Dass die erste Scheiße Das schon mal hinter mir gelassen hat Weil ich weiß Dass das nicht mehr kommt So Bam Ja Da hat mich der Hai Mit runtergerissen In die Scheiße Aber warum sollte man dann Auf links nochmal zurückgehen Das ist doch Quatsch Okay Der Hai Stört mich beim springen Er macht mich irre Ich muss beeilen So So Genau Und hopp 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 Geschafft Oh Oh Das Timing ist ja mies Er hat doch ein bisschen mieser Als ich erwartet habe Sag ich mal Hier können wir ruhig ein bisschen rushen Dann kommen wir nämlich auch gleich durch Das ist möglich Und gleich rüber Wenn der Hai mich natürlich nicht gerade davon abhalten möchte Was er eigentlich immer tut So Und so Und so Hopp Hopp Und rauf Okay Dieser blöde Hai Kann man ihn nicht töten irgendwie? Doch kann man So Geht doch Vielleicht gleich tun sollen Ja man muss das nur wissen Ne Okay Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen einfach aus Ist es auch Ja Wenn man sich natürlich nicht Total glatt anstellt Dann wäre das überhaupt nicht schwer gewesen Aber okay Hopp 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 Und Oh nicht schon wieder so eine Scheiße Okay Darf ich hin? Oh Gott Hopp Wie soll man das denn schaffen bitte? Oh Das sieht jetzt ein bisschen unmöglich aus Ehrlich gesagt Kann man die Dinger da oben zerschießen oder so? Hä? Wie soll ich das denn schaffen? Hä? Okay Ja Leute das verstehe ich jetzt gerade nicht Weil das ist viel zu weit Das schaffe ich nicht Ne Falsch An der falschen Stelle angehalten Ah mir juckt die Nase Meine Güte So Schon wieder an der falschen Stelle angehalten Was mache ich denn da die ganze Zeit? Was ist denn hier? Irgendwas ist an meinem An meinem Popschutz Weil ich bin so dicht dran Und irgendwie jedes Mal Wenn ich mich daran bewege Dann juckt mir die Nase Aber sonst hört ihr mich nicht Ist auch nichts dran Keine Ahnung So Ich weiß es nicht Aber was sollen diese blöden Blöcke hier Die machen auch nichts Ich wüsste es nicht Dass das machbar ist Ich habe es vergessen Man hat verpasst oder so Kann man da oben rüber oder so? Ja kann man Okay Ist das Absicht? Ich denke Weil es ist unmöglich Was ein Arsch Ja gut Das ist merken halt Da ist jetzt nichts schweres dran Da muss man einfach nur wissen Wann muss man hüpfen Wann nicht Und natürlich Geh vorwärts Oder stirb du Spacko So Okay Einmal springen Einmal drunter laufen Zweimal springen Dreimal springen Einmal drunter laufen Und Was ist der Teufel Was ich dann machen soll Das habe ich noch nicht ganz verstanden So Einmal springen Einmal drunter laufen Dreimal springen Und dann nochmal springen glaube ich Was weiß ich Ab Einmal springen Ja meine Katzen machen wieder Stress So Und unterlaufen Aha Aha Ah okay Gut Da kann ich ja erstmal in Ruhe stehen bleiben Das geht ja dann So So Ah Was mache ich denn da? Ich lasse mich jedes Mal durch dieses dumme Ding da ablenken Und denke ich muss unten drunter So muss man doch mal irgendwann verstehen Dass das eben nicht so ist Ja Okay Okay Geschafft Okay Voll reingeballert Also Leute Das ist Das ist jetzt mal richtig anstrengend Also ich bin Ich bin total fertig jetzt Also Es gibt Spiele Es gibt Spiele Die kann man ja richtig lange spielen Oder so ne Also Da kann ich mich 3-4 Stunden hinsetzen Und irgendwie Heroes for Magic 3 spielen Oder sonst was Das geht super Aber Bei dem Spiel bin ich Bei dem Spiel bin ich nach 20 Minuten völlig Völlig kaputt Ich bin dann sowas nicht gewohnt So was reißt an meinen Nerven So Na ja gut 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 Das ich auch easy spiele Da muss ich mir um so Einzeltreffer Gar keine Gedanken machen Na toll So Ich höre doch schon wieder So Invisibel blockt Kram Das geht ja eigentlich Okay Silversurfer Nur nicht ganz so schwer Weil Da durfte man nur einmal getroffen werden Trotzdem hat es mich ganz schön zerrissen Meine Güte Also schießen bringt nicht viel Okay Oh Oh Gott Na jetzt wird es lustig So Und jetzt hoch Und jetzt hier Und hier Und hier Und hier Und hier Hey gut Das ist egal Weil hier sind die Instant Death Block Oh Gott Irgendwie Irgendwie stelle ich mich total bescheuert an Sieht total einfach aus Ist es aber irgendwie nicht für mich So Komm Okay Jetzt nochmal hier so ein Quatsch Oh 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 Okay Danke ich habe es geschafft Jetzt wieder aufs Timing achten Hier Ja Oh Ja Warten Ich kann nur noch einen Treffer ab Also Ach Gott Ich schätze mal danach kommt der Boss So Ich habe es sogar gerade super geschafft Ohne getroffen zu werden Mensch Hä Wie soll ich da jetzt Rund Oder drüber durchkommen Ich wollte nur gucken ob wieder irgendwas links ist oder so Dass ich wieder Ich glatt anstelle Hä Also das Timing ist extrem knapp Aber Eigentlich sollte es wenigstens machbar sein Welch eine schöne Stelle um einen Schnitt zu machen nicht wahr Nee Was jetzt kommt seht ihr erst in der nächsten Folge von Angry Video Game Nerd Adventures Blah Haha Ja Cliffhanger und so ein Scheiß ne Ja Tschüss